Ja, Leute, wir sind zurück in The Night of the Rabbit und wie wir sehen, haben wir sogar einen netten Besucher bekommen, nachdem wir den bösen, bösen Rahmen hier beseitigt haben. Dann labern wir den Frosch in Uniform an. Sieht aus wie der Postbote. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt sprechen. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzaubergriff bereit, oder? Das bin ich, aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzaubern nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Okay. Aus einer Streichholzschachtel. Ob das so effektiv ist, wenn etwa die Reibung und so dazu zählt? Bist du Plato, der Briefträger? Ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Hm, das schreit nach einer weiteren Arbeit für uns. Aha, wusste ich es doch. Viel Glück, Plato. Bis bald. Ja, tschüss. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. So, wo ist die komische Post hier? Hier oben, Post, Fahrrad. Wo die, wo die, wo die hier, hm? Hm, das Vorderrad ist festgefroren. Unglaublich, oder? Aber an diesem Baum hier war das Klima in den letzten Wochen schon immer etwas seltsam. Jetzt hat es da oben sogar angefangen zu schneien. Ich habe so viel zu tun, aber ohne mein Postfahrrad kann ich keine Post austragen. Was sagt, ähm... Sumpfdotterblumen? Hübsche Blume. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Ich nehme mir einfach mal eine Knospel mit. Zum Einschläffern irgendeiner Person, also. Ich habe gedacht, hier wird irgendwo Post liegen, oder so, weil das ist ja nun mal ein Postfahrrad. Hm. Naja. Komisch. Wie, dann geht es vielleicht auch irgendwo weiter? Mal kurz gucken, nochmal. Hm. Ah, hier geht es noch weiter. Haha, wusste ich es doch. Huch? Echt? Was geht denn hier ab, ey? Gurgender Bach. Ah, ja. So nehme ich das auch mal. Ufer jenseits des Baches. Verschlossene Holztür. Da kommen wir erstmal die verschlossene Holztür an. Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Unser Mitbewohner Steinberg Waldzwerg leidet an einer schlimmen Krankheit. Ah, die Zwerge. Hier sind die Zwerge. Er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch krank. Und hustet. Und niest. Nicht stören. Bis zum Ende der Quarantäne zelten wir tief im kalten Wald auf matschigem Boden. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Blausaftproduktion wird ausgesetzt, bis Steinberg wieder gesund ist. Schmiede, Eisen und Holzer. Waldzwerge. Hier sind also die Waldzwerge. Jetzt wissen wir auch, warum. Abschlusses Grundstück. Schade, dass das Tor zu ist. Jetzt wissen wir auch schon mal, warum der Blaubeeren-Saft nicht produziert wird. Wenn man größer ist als eine Maus, oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Das geht doch mal rein. Wenn man größer ist als eine Maus, aber... Da drüben sieht es auch interessant aus. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Mhm. Mhm. Gibt's hier nix Feines, was wir übersehen haben oder so? Ich weiß, wo ich zurück zur Radiostation... Äh, scheint nix zu sein. Hier oben vielleicht. Auch nicht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Aber wir wissen schon, warum die Zwerge... Keinen Blaubeeren-Saft dann produziert. Oh, jetzt ist noch mal Post hier. Habe ich hier jetzt eben nicht gesehen, oder? Hä? Na ja, guck mal über die Post. Also irgendwie verstehe ich das Spiel nicht. Auf einmal taucht hier Post auf. Und auf einmal taucht der Post hier auf. Und... Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben... Und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Hm. Wow. Was? Du willst die Post-Sendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Warum machst du das nicht? Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Frosch... Ach so, das ist ja nicht. Okay. Neu problemo. Was machen wir? Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. So. Klicke wir mal das Ding mal an hier. Ich hatte von heute noch keine Post verteilen. Kannst du mir gleich... Blablabla... Hammer... Klicke des Stadtrates... Blablabla... Blablabla... Hm. Okay. Weiter spielen. Dann gehen wir mal Post ausliefern. Was ist das denn? Achso. Schauen wir mal gerade ein Instrumentar. Was ist das? Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senior Molena adressiert. Absender ist M. Calavera, Reiseberater. Okay, das wissen wir. Die überreizende Stimme von Welle 103.5. Dieses Paket ist an Fräulein E. Den Eichhorn adressiert. Okay, dann werden wir mal loslegen, Leute. Superhörnchen-Boutique. Dann gehen wir mal zu der Miss Eichhörnchen-Dame. Wie die hieß jetzt? Habt ihr jetzt den Namen wieder vergessen? Ich habe echt ein tolles Namensgedächtnis. So, zurück. Da ist er die... Ja, junges Eichhörnchen. Hier, hast du dein Paket, Mädchen. Warum schreit hier jetzt nicht über Zalando? Hä? Aber, 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 das ist die doch. Oh. Das muss die sie sein, oder? Ja. So, Mädchen. Dann... Kriegst du jetzt mal ein schönes Paket von Zalando. Ich schreibe bitte nicht so laut. Mein Paket! Endlich! Ist das nicht eine super fesche und todschicke Superhörnchen-Handtasche? Da bekommen sicher alle Lust, mich ins Theater einzuladen. Vielen Dank! Hier hast du etwas Trinkgeld. Oh, danke. So kann man sich auch Geld verdienen. Jetzt kannst du dir auch etwas Schickes kaufen. Wie viel haben wir denn bekommen? Du hast aber einen schicken Hut, hast du ja schon. Wie viel haben wir denn bekommen? Blau sagt er, wo ist denn die Kohle? Ah, da. Oh, cool. Da können wir uns den Kaffee leisten, bestimmt. Das ist... Ah, okay. Die Welle. Dann gehen wir mal da hin. Was seid ihr denn da? Hm. Kehlsekuchen? Kehlsekuchen? Die mit ihren Werbegeschenken. Nimm diesen wundervollen Becher und sage mit Stolz. Ich höre Wellesumpf 103.5. Maulwurf am Abend. Maulwurf am Abend. Ja, dann werden wir uns mit einem Kaffee abzapfen. Kaffee. Einmal heißer Kaffee. Ich mag zwar keinen Kaffee, aber der Duft des Kaffees mag ich sehr, sehr gerne. Ha, er mag auch keinen Kaffee. Ha. Ein Gleichgesinnter. Ja. Jetzt gucken, was gab es denn noch? Gab es denn nicht irgendwas für ein Tal oder irgendwas, oder? Hm, wo war das denn? Hm. Naja, bringen wir erstmal den Kaffee weg. Ich glaube, an wen müsste ich das nochmal ausliefern? Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senior Molena adressiert. Absender ist MK... Molena... Ah! Das waren die komischen Mäuse bestimmt. Aber müssen wir jetzt zulegen. Zu den Gärten. Was glaube ich hier lang? Hallo? Wo aus? Danke. Da haben wir Molena. Ursula? Du hast dir alles durch deine Nachbar gebracht. Wer könnte ihr schon lange böse sein? Du, 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 du. Chaos-Anstifterin, du. Na, bla, bla, bla. Hä? Okay, sind die nicht? Hm. Wir müssen auf jeden Fall zu den Gärten. Wo waren die jetzt nochmal? Hast du auch was gehört? Da, weg in die Gärten. Dann bekommt der hier mal seinen Kaffee. Mein Kaffee ist abgekühlt. Nee, oder? Wo kann ich hier denn heiß machen? Ich gebe ihm was von meinem Kaffee ab. Oder ist es egal? Oh, er hat ja ein paar Augen. Ich bin dir so dankbar. Ja, kann wohl leben. Nimm das. Du hast eine Quartettkarte gefunden. Um deine Sammlung anzusehen, öfter als im Etat. Spiel mir den und klicke auf Bonus-Sammlung. Okay. Ohne dich wäre ich noch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich, äh... Ich habe keine lange Wirkung, der Kerl. Also, der Kaffee. Poster, magische Briefmarke. Hm, jetzt müssen wir nur noch... Was ist das? Ah, das sind die Kirchenmäuse. Die bekommen jetzt mal ihren... Brief schnell. Äh, äh, Paket. Ach Leute, ich blicke hier nicht durch bei den blöden Wegen. Wir sind noch hier irgendwo eben... Das war bestimmt ein Grünhut. Hm. Quatsch mit Sägespäen. Ach, ich bin doch blöd, ey. Ach so, was ist das da? Stammesvolle Buch. Müssen wir es gleich mal anschauen. Äh, Senior, was ist das? Gut, da. Bitte, bitte, red nicht so viel. Bitte. Ich muss gut vorbereitet sein, wenn ich mich da zur Ruhe setzen will. Hm, wohlbar. Wartest du auf was? Trinkgeld? Vielleicht? Wir sind Kirchenmäuse. Wir haben nichts zu verschenken. Haben wir eine Kirchenmaus? Ja. Hm, so, jetzt müssen wir noch rausfinden, wem ist denn das Buch eigentlich hier? Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schiff, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Wahlschrat gehört? Der Brief sieht seltsam aus. Er ist ein Senior Molena. Ein Absender ist er. Wo ist denn Senior Molena? Ist der hier drin? Jonathan. Aber wir können jetzt endlich mal hier Ursula abgeben. Ursula und Jonathan. Ich glaube, sie fühlt sich bei mir ganz wohl. Hm? Wann mal Keith? Ich glaube sie... Ich habe schon gedacht, ich müsste sie jetzt behalten, ey. Ich habe die Krähe vertrieben. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ach, das war doch nichts Besonderes. Hm? Ein Erfolg, ein Erfolg. Führe eine glückliche Familie wieder zusammen. Ah, das haben wir geschafft. Super. Kunde Nachthimmel. Hm. Erfolge. Was sind denn hier noch? Hörbuch? Acht Geschichten aus dem Mäusewald. Von Matthias Kempke. Gelesen von Gunnar Bergmann. Ah, wie cool. Ein Hörbuch. Das ist ja cool. Sticker? Da haben wir keinen einzigen. Was gibt's denn noch? Quartetts. Ach je, wie viele Karten sind das denn, ey? Buh. Naja, 32 würde ich sagen. Ohne es mal zu zählen. So, haben wir die Ursula abgegeben. Jetzt müssen wir noch diese komischen... Bist du... Bist du das vielleicht? Bezweifle ist zwar... Oh, das ist jetzt der Typ, der auf das Boot wartet. Na, ich hab klappt. Ist das nicht. Let's gucken. Ja, hier sind wir falsch. Hier hin müssen wir. Spitzweg heißt der aber. Ey, wo ist denn der? Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senior Molena als Absender... Molena, Molena. Wer war denn Molena hier nochmal? Nein, hier hat's niemand. Ach genau. Vielleicht erfahren wir noch was von ihm. Wir haben ja jetzt herausgefunden, dass die Werkzeuge wechselt. Nehmen Sie mich ein Stück des Weges... Ne, das kennen wir schon. Ja, das kennen wir schon. Ja, bla bla. So. Ähm. Tja. Warte mal, könnte mir vielleicht... ...das hier da reingehen, damit der... Oder hier rein? Auch nicht. Okay. Sind wir hier noch Werbezüttel? Achso. Mhh. Wer ist denn mit... ...Wir ist denn das eigentlich? Verdammt. Du bist es nicht, du bist es nicht. Machen wir hier vielleicht noch einen? Wie heißt... Also es war die Anja. Ach, die Baltrian-Tropfen können wir uns holen. Stimmt. Also holen wir uns mal. Komm. Bullrichs schlummert Baldrian-Tropfen. Da steht ein Flash. Aber ich hab nur einen, einen einzigen Laub. Naja. Oh. Ah, kurz und ab geht. Aha. Etter mit. So, jetzt haben wir Baldrian. Für auch immer. Mh. Mh. Mach mal. Vielleicht können wir das Baldrian jetzt da haltun. Baldrian-Tropfen helfen mir hier glaube ich nicht weiter. Okay. ist denn wohl die nach hier passiert so hat sich glaube ich nichts gern hat ich habe schon geguckt ja dann gucken wir mal hier vielleicht seid ihr molehne ja mann wir essen die molehne auf dem holzbad also dieser nussbaum ist schon manchmal ein wenig komisch magische briefmarker haben wir schon angeschaut das haben wir schon tausendmal angesehen ich habe keine ahnung leute wo molena sagen soll was haben wir jetzt eigentlich wir haben jetzt diesen ach genau wir können ja mal diesen saft abgeben ich warte ja hi gucken wir mal ähm fass blau saftes da haben wir es ich behalte besser den blau saft davon gibt es sehr wenig also doch nicht ihr geben was möchte ich denn umfülle aha ja jetzt gebe ich ihr den blau saft ich behalte besser den dach von gibt es sehr halte ich rein rein ich war nicht die 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 jetzt kann ich nicht gemacht hier kommt du bist in der Schombau Hmmmm, ja vielleicht ist das der Typ, der John, ah, vielleicht ist er das. Probier das mal aus, ne? Ähm, ja, wir sind dahin, dann hinter den Gärten müssen wir. Da, weg in die Gärten. Möhrische Gartenbesitzer, bist du das vielleicht? Och man, du? Hmmmm, mochtest du nicht Blaubeeren sagt? Ich behalte besser den Nachbarngebnissen. Hmmmm, ich bin echt gerade überfragt, was wir machen müssen noch. Machst du vielleicht Blaubeeren und Saft? Naja Leute, ich sehe gerade, wir haben Aufnahmestopp. Ich blick gerade wirklich nicht mehr durch, ähm, ich muss mir echt mal was überlegen, wo wir hier weiterkommen. Weil, das wird bestimmt eine Lösung geben, da eigentlich weiterzukommen. Ne, oder? Und? Ja, wie geil, ich hab's doch noch geschafft, kurz zu Ende, haha. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Ähm, nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Okay Leute, dann wissen wir Bescheid, was wir in den nächsten Folgen machen werden. Wir werden Boot fahren. Also, bis dann, euer Trixi. Ciao, ciao. Ja, bei dir. Oh.